Während einer Beerdigung hört die Familie der verstorbenen Frau gespenstische Schreie aus dem Sarg. Als sie ihn öffnen und ein seltsames Aufnahmegerät finden, macht sich die Nichte der Frau auf die Suche nach der Wahrheit, die sie zwingt, ihre Meinung in einer sehr wichtigen Angelegenheit zu überdenken. Die Luft in Harrisburgs ältestem Beerdigungsinstitut war schwer von Trauer. Michelle stand neben dem Sarg ihrer Tante Sarah. Als alle Platz genommen hatten, versuchte der Pastor, die Trauernden zu trösten. Er sprach über die Liebe, wie man in der Trauer Frieden findet und wie man die Erinnerungen an den Verstorbenen lebendig hält. Dann durchdrang ein unheimliches Geräusch die heilige Atmosphäre. Es schien von dem versiegelten Sarg neben Michelle zu kommen. Die Stimme des Pastor stockte und als das Geräusch wieder einsetzte, hörte er ganz auf zu sprechen. Panik brach aus. Stühle scharrten auf dem Boden, als die Menschen in Panik versuchten, in den hinteren Teil des Raumes zu gelangen. Michelle war wie gelähmt und verängstigt. Zum Glück übernahm ihr Cousin John die Führung. Er trat vor und riss den Sarg auf. Neben der Leiche ihrer Tante lag ein kleines schwarzes Audiogerät. Von dort kamen die Schreie. Nach ein paar Sekunden ertönte die vertraute Stimme ihrer Tante Sarah in der Kapelle und wiederholte einen Namen inmitten ihrer Schluchze. Kelly, sagte sie, es tut mir so leid. Die Aufnahme lief eine ganze Minute lang, bevor John eine zitternde Hand ausstreckte und den Stoppknopf drückte. John und Michelle sahen sich geschockt an. Das Bestattungsunternehmen, das sich um die Leiche ihrer Tante gekümmert hatte, musste versucht haben, ihnen mit diesem Gerät einen furchtbaren Streich zu spielen. Aber warum? Und wo hatten sie die Aufnahme gefunden? Wer war Kelly? Unzählige Fragen wirbelten in ihren Köpfen herum. Von ihrer Trauer überwältigt, konnten sie nicht mehr klar denken und wandten sich an den Pastor. Doch der war genauso verwirrt wie sie. Sie mussten der Reihe nach vorgehen, wenn sie dieses schreckliche Geheimnis lösen wollten. Der Pfarrer rief die Besitzer des Bestattungsunternehmens an und verlangte Erklärungen. Diese bestritten jedoch vehement, die Aufnahme in den Sarg gelegt zu haben und beschuldigten den Pfarrer, den Sarg vor der Zeremonie unbeaufsichtigt gelassen zu haben. Mit hochrotem Kopf musste der Pfarrer zugeben, dass er die Kapelle vor Beginn der Beerdigung tatsächlich für ein paar Minuten verlassen hatte. Wie hätte er vorhersehen können, dass jemand kommen und der Familie einen so schrecklichen Streich spielen würde? Trotzdem gab es keinen Grund, die Beerdigung zu stoppen. Der Streich war geschmacklos, aber es war auch ein Verbrechen ohne Opfer. Und niemand wollte Saras Eintritt ins Jenseits verzögern, nicht nach dem anstrengenden Kampf, den sie bis zum letzten Tag ihres Lebens gegen den Krebs geführt hatte. Michelle fragte sich immer noch, wer Kelly war, als sie sich dabei ertappte, wie sie gedankenlos die Tür zum Haus ihrer Tante öffnete. Ihre eigenen Füße hatten sie zu dem einzigen Ort gebracht, an dem sie Antworten finden konnte. In alten Kisten und staubigen Fotoalben befanden sich jahrzehntelange Erinnerungen. Jedes Foto und jeder Gegenstand verrät Geheimnisse aus der Vergangenheit. Ein Stapel Briefe, der drei Monate zurück lag, brachte etwas ans Licht, womit Michelle nicht gerechnet hatte. Ihre Tante hatte eine freundschaftliche Korrespondenz mit jemandem geführt, der alle Briefe mit In Liebe K. unterzeichnete. Die Briefe handelten meist von ihrem sich verschlechternden Zustand, waren aber auf seltsame Weise aufbauend und voller Hoffnung. In einigen von ihnen äußerte Sarah den Wunsch, im Jenseits jemanden namens Kelly zu treffen. Michelle hatte keine Ahnung, wer diese Menschen waren. Aber sie war sehr müde. Es war ein langer und verrückter Tag gewesen und sie war bereit, ins Bett zu gehen. Doch als sie gerade Feierabend machen wollte, kam eine schockierende Wendung. Es handelte sich um ein geändertes Testament. Michelle hatte ihrer Tante vor weniger als einem Jahr bei der Erstellung ihres ursprünglichen Testaments geholfen. Aber das Dokument, das sie jetzt in den Händen hielt, war völlig anders. Dieses Dokument änderte die Aufteilung des Nachlasses ihrer Tante grundlegend. Und was am meisten beunruhigte, große Teile des Nachlasses gingen an einen neuen Begünstigten, der im ursprünglichen Testament nicht aufgeführt war. Am nächsten Tag stieß sie auf Tagebücher ihrer Tante. Sie stammten aus einer besonders turbulenten Zeit in ihrem Leben vor fast fünf Jahren, als bei ihr zum ersten Mal Krebs diagnostiziert worden war. Sie hatte ihre Chemotherapie von Anfang an gehasst und mit allen Mitteln gegen ihre Familienmitglieder dafür gekämpft, dass sie nicht mehr im Krankenhaus behandelt werden durfte. Sie wollte nicht leidend sterben, schrieb sie in ihre Tagebücher. Michelle liefen die Tränen über die Wangen. Sie hatte zu den Familienmitgliedern gehört, die ihre Tante dafür gezüchtigt hatten, dass sie die Chemotherapie ablehnte und sich für experimentelle Behandlungen entschied. Sie hatte nie gewusst, wie schmerzhaft diese Behandlungen für sie waren. Dann fand sie etwas Seltsames. Es war eine Quittung für eine Zahlung an eine Privatklinik. Sie brauchte weniger als eine Minute, um die entsprechende Rechnung zu finden, die vor drei Jahren ausgestellt worden war. Sie kannte den Ort nicht und ihre Neugierde war geweckt. Was für eine Klinik war das? Könnte sie etwas mit der geheimnisvollen Kelly und dem neuen Begünstigten ihres Testaments zu tun haben? Mit vielen Fragen im Kopf machte sich Michelle am nächsten Morgen auf den Weg zu der Klinik. Als sie eintrat, nahm sie einen Flyer vom Tresen in die Hand und spürte, wie er das Blut in den Adern gefror. Die Einrichtung behandelte Krebspatienten, die eine Chemotherapie nicht überstehen konnten, mit experimentellen Medikamenten. Michelle erinnerte sich daran, dass es ihrer Tante vor etwa drei Jahren, zwei Jahre nach ihrer Diagnose, plötzlich besser gegangen war. Sie hatte gedacht, die Chemotherapie würde endlich wirken, aber sie hatte sich getäuscht. Sarah hatte sich wohl nach Alternativen umgesehen und war in dieser Klinik gelandet. Das Personal war freundlich und sie konnte die Leiterin der Klinik ohne Termin sehen. Sie erzählte ihr vom Tod ihrer Tante und fragte, ob es eine Chance gäbe, an die Unterlagen ihrer Tante aus dieser Zeit heranzukommen. Zunächst zögerte die Frau, aber als Michelle ihr die Kassette vorspielte, schenkte die Frau ihr ein trauriges Lächeln. Ich erinnere mich an sie, sagte sie und auch an Kelly. Bingo. Sie sagte Michelle, sie solle ihr folgen und führte sie in ein Hinterzimmer voller Schränke. Sie zog die Schublade eines Schranks auf, fuhr mit dem Zeigefinger über den Rücken der darin befindlichen Ordner und zog einen heraus. Er war schwer und dick. Das ist er, sagte sie. Die Unterlagen deiner Tante. Leider kannst du sie nicht aus dieser Einrichtung mitnehmen, aber mach es dir an einem Schreibtisch bequem. Verbringe so viel Zeit, wie du willst. An der Tür gibt es eine Gegensprechanlage. Wenn du fertig bist, rufst du an und jemand wird dich rauslassen. Michelle verbrachte zwei Stunden damit, die Unterlagen ihrer Tante durchzugehen. Es gab nur sehr wenige Informationen über ihre Krankheit. Sarah war von Anfang an gesagt worden, dass ihr Krebs unheilbar war und dass jede Behandlung das Unvermeidliche nur hinaus zögern würde. Die Klinik hatte sich also darauf konzentriert, ihr die letzten Jahre ihres Lebens so angenehm wie möglich zu machen. Hier besuchte Sarah Mahal und Yoga Kurse und ging ihrer Leidenschaft für die Gartenarbeit nach, umgeben von Menschen, die den gleichen Kampf zu bestehen hatten wie sie. Zu diesen Menschen gehörte auch eine ihrer engsten Freundinnen in der Klinik, eine Frau namens Kelly. Leider war Kelly zwei Jahre vor Sarah verstorben. Da alle Zimmer in der Einrichtung mit einer Überwachungskamera ausgestattet waren, wurde das Schluchzen ihrer Tante über den leblosen Körper ihrer Freundin für immer auf einem Gerät festgehalten, das Sarah am Ende ihres Aufenthalts mitgebracht hatte. Sie hatte erkannt, dass das Ende nahe war und hatte sich entschieden, in ihrem eigenen Haus zu sterben. Aber sie hatte die wichtigsten Erinnerungen an ihre Zeit in der Klinik mit nach Hause gebracht. Aber wie und warum war die Aufnahme in dem Sarg gelandet? Das war die einzige Frage, die ungelöst blieb. Michelle wollte gerade die Mappe austauschen und jemanden rufen, der sie rauslassen sollte, als ihr der Name auf den Entlassungspapieren auffiel. Kenneth Carmichael. War das der K., der die geheimnisvollen Briefe unterschrieben hatte? Ein tiefes Wissen stieg in ihrem Bauch auf. Sie war sich sicher, dass er es war. Und plötzlich wusste sie auch, was es mit dem geänderten Testament auf sich hatte. Die Klinik forschte immer noch an experimentellen Behandlungen. Und ihre Tante musste beschlossen haben, den größten Teil ihres Geldes für diesen guten Zweck zu spenden. Einen Moment lang war Michelle unsicher, was sie als nächstes tun sollte. Sicherlich würde sie die Finanzen ihrer Tante noch einmal überprüfen, um sicherzugehen, dass es tatsächlich die Klinik war, die von dem geänderten Testament profitierte. Aber was dann? Und sie musste immer noch herausfinden, wie das Aufnahmegerät in den Sarg gelangt war. Sie drückte auf den Knopf der Gegensprechanlage und zwei Minuten später öffnete eine Krankenschwester in einer weißen Uniform die Tür. Sie folgte der Frau durch die Gänge zurück zum Büro des Direktors. Als sie hineinging, wartete eine weitere Überraschung auf sie. Neben dem Leiter der Klinik saß ein großer, älterer Mann. Er wurde als Kenneth Carmichael vorgestellt. Michelle war verblüfft. Du hast die Briefe geschrieben? fragte sie. Der Mann nickte. Er stand ihrer Tante seit ihrem ersten Tag in der Klinik nahe und hatte ihr jede Woche geschrieben, seit sie beschlossen hatte, die Behandlung abzubrechen. Er erzählte Michelle, dass Sarah in einem schrecklichen Zustand angekommen war, stark geschwächt durch die Chemotherapie. Aber im Laufe der Wochen hatte die positive Atmosphäre und die palliative Pflege in der Klinik ihren Lungen neues Leben eingehaucht. Die Ärzte hatten ihr nur noch ein Jahr zu leben gegeben, aber sie hatte diese Zeit auf drei Jahre verlängern können. Michelle weinte. Sie erinnerte sich daran, wie dünn, blass und unglücklich Sarah während der ersten Sitzungen gewesen war und trotzdem hatte sie darauf bestanden, weiterzumachen. Sie hatte nie bemerkt, dass sie aufgehört hatte. Sie hatte geglaubt, dass die neu gewonnene Farbe in ihren Wangen eine Folge der Behandlung im Krankenhaus war. Aber ihre Tante hatte diese Art von Pflege drei Jahre zuvor abgelehnt und einen Ort gefunden, an dem sie den Rest ihrer Tage mit minimalen Schmerzen und liebevoller Gesellschaft verbringen konnte. Der Arzt wartete, bis sie aufhörte zu weinen, bevor er ihr bestätigte, dass Sarah sich einige Monate zuvor mit einer Nachricht über ihr Testament an ihn gewandt hatte. Sie hatte beschlossen, einen großen Teil ihres Vermögens an die Klinik zu spenden, weil sie wusste, dass damit die Forschung nach alternativen Behandlungsmethoden für Krebs finanziert werden würde. Was die Aufnahme anging, so wusste er nur, dass Sarah damit begraben werden wollte, um ihre beste Freundin auf ihrer letzten Reise bei sich zu haben. Deshalb hatte sie sie in die Tasche der Jacke gesteckt, die sie im Voraus für ihre Beerdigung ausgesucht hatte. Sie muss aus der Tasche in den Sarg gefallen sein und die Tatsache, dass sie während der Beerdigung zu spielen begonnen hatte, muss einfach ein Zufall gewesen sein, so seltsam und unmöglich es auch klang. Aber es war ein guter Zufall, dachte Michelle. Das Geheimnis ihrer Tante und ihr Besuch in der Klinik ermöglichten ihr eine neue Sichtweise auf Palliativmedizin und experimentelle Medizin. Sie hätte die Entscheidung ihrer Tante, sich nicht mehr im Krankenhaus behandeln zu lassen, besser akzeptieren und sich einfach auf ihr Wohlbefinden konzentrieren sollen. Doch ihre Tante war gezwungen, ihr neues Glück zu verbergen, weil sie wusste, dass ihre Familie sie dafür schelten würde, dass sie ihren Kampf aufgegeben hatte. Aber Sarah hatte nicht aufgehört zu kämpfen. Sie hatte einfach einen anderen Weg gewählt, der es ihr ermöglichte, die Dinge zu genießen, die sie im Leben am meisten liebte. Michelle hatte sich das überarbeitete Testament, das sie gefunden hatte, noch einmal angesehen. Die Änderungen im Testament ihrer Tante sahen tatsächlich vor, dass die Klinik den größten Teil ihres Vermögens erhalten sollte. Aber das war noch nicht alles. Der Rest des Geldes war für Menschen bestimmt, die die Hilfe der Klinik dringend benötigten, sie sich aber nicht leisten konnten. Ihre Tante half noch aus dem Jenseits und sie könnte nicht stolzer sein. Was für eine unglaubliche Geschichte. Kennst du jemanden, der ein großes Geheimnis bis zum Schluss für sich behalten hat? Erzähl es uns in den Kommentaren. Wir würden gerne diese Geschichte hören. Aber jetzt sind wir erst einmal weg von hier. Wir sehen uns im nächsten Video.